hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen runde zu assassin's creed oder assassin's creed mirage und gut ihr seht eventuell ich webcam technisch habe ich ein bisschen was software technisch ändern müssen denn ja hallo kriselwelt ja ich habe hier ein umgebaut und mir ein neues ja man sieht ja man sieht sich aber ein höhenverstellbarer schreibtisch zugelegt bisschen viel kleiner ja und halt die lampen demontiert die eigentlich fürs licht zuständig sind und die kleinen für den tisch sind noch unterwegs ja die habe ich von einer halben stunde bestellt also kommen noch ja daher sitze ich nun hier mit ein bisschen hell am licht also ja beleuchtet beleuchtung plus ne ich habe mal das funktioniert immer das würde ein funktionieren müsste ich gar nicht ich glaube ich müsste gar nichts mehr kaufen soll ich das mit der band sieht eigentlich gut aus weil ich habe ja ein licht hier oben also da oben ist ja eigentlich grundsätzlich gesehen und das funktioniert ja auch nur also dem her müssen wir mal gucken ob wir das so lassen denn ich kann es kann es noch stornieren aber nicht mehr lange ich muss mal gucken in der nächsten stunde weil die arbeiten schon immer und die arbeiten noch nicht um 6 oder also ich glaube kaum geschäft oder so arbeitet hier was ich aber merke ist die 20 zentimeter näher im monitor das ist enorm und da muss ich mich noch irgendwie dran gewöhnen oder ich weiß nicht man sieht ja also für die augen her gesehen ist ja gar kein thema dass da irgendein problem auftaucht weil die fixe sind ja so nahe man sollte ja glaube ich nicht einmal mehr was hat man überhaupt ich glaube 40 cm oder so was in der art ich müsste mal messen was es eigentlich ist das ist eine gute frage aber ich denke mal die kleidung ist ja wirklich dreck die 20 cm machen wohl mehr aus als ich dachte naja ähm weil ich habe ja 27 zoll monitor und 4k gibt es halt keine kleine das war ein problem an der ganzen sache ich will mich schon 24 zoller holen aber sonst nur 2k aber ja mehr vielleicht irgendwann ja theoretisch mal ein thema aber ich glaube es gibt keine bezahlbaren 24 24 zoll monitor mit 4k der uhd auflösung aber ja bürger 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 Dienstleistungen von Händler. Am besten führst du deine Verbrauchstelle bei Händler auf. Gegen Daharim kannst du Hilfsmittel und Elixiere kaufen. Suche Daharim. Okay. Wurde sie nicht wirklich so heißt. Suche am besten den nächsten Händler auf, wenn du die eines von beiden ausgeht. Ähm... Wo ist denn hier ein Händler in der Nähe? Sag mal, Kollege. Hm. Naja. Mit wohl nichts. Aber ja, ich glaube, ich... Ali? Ich kenne keinen Ali, aber schön. Ähm... Ach, das war das Gefängnis da hinten, oder wie? Da waren wir doch schon, oder? Also da haben wir... Ja, da haben wir ja schon... Da haben wir schon ausgebrütet. Das ist der Arzt. Sei meine Augen, Hidu. Ähm... Was? Wie? Da ist ja mein Ziel. Ich muss einfach tausend Jahre warten. Ich glaube, den haben wir schon umgebracht. Letztens in der vorletzten Session oder so. Ich glaube, das äh... Das Spiel kennen wir. Ach nee, das ist ein anderes. Das ist... Ich glaube... Ach so. Kein Schaden nehmen. Die haben wohl gut Sprechen hier, ne? Was ist denn das für ein Wirbelsturm-Etikett? Ich glaube, der guckt uns das an, ne? Das ist also auch so jemand. Ich glaube, der guckt uns das an, ne? Das ist also auch so jemand. Okay, wohin geht der Kollege? Der sucht immer. Ja. Ja. Okay, die interessiert's also nicht, ne? Lieber nicht, da geh ich lieber nicht ran an den Pott. Das ist mir zu extrem. Leite mich in Guido. Der betet ja. Ihr aufständisch kennt euren Platz nicht. Hey! Und Vielleicht noch nicht weg, aber wir haben es doch Oh oh Okay, wir kommen nicht weiter Wir warten hier mal, ne? Aufteil, seht überall nach Ja, Sahib Ich tönte dich Nichts Nö, weg da Weg da, weg da, weg da Hallo Und Wir haben Dürrham und wir haben uns nicht einschmieren lassen Kann man das so sagen? Nein, eigentlich nicht, aber egal Einschmieren Nein, ähm Gänzenpalast, da haben wir jemanden umge... Also wir haben Wir haben jetzt kein Ding jetzt mehr, ne? 0 von 4, okay Inventar, was haben wir denn so schönes? 36, 21, 30, 30, nein, Verteidigung ist weniger Wir benötigen hier aber Materialien, die wir wahrscheinlich nicht Doch, die haben aber, ne? Aber ihr wisst, was ich meine Okay Äh, Nachforschungen sind's doch, äh, Aufträge, so Der Bootsraum Stiehl ein Boot samt Fracht, das im Abwassergraben des Lehens angelegt ist Stiehl das Boot Unentdeckt bleiben Mitte des Auftraggebers Da gibt's zusätzlich nochmals 2 und 65 Okay Okay Ja, wo ist denn der Quatsch hier wieder? 500 Meter entfernt, oder was? Ach, da oben, da waren wir noch gar nie, ne? Ja, wollen wir jetzt schwimmen, oder? Hm Ich glaube, wir rennen noch mal eine gute Runde Hm, da brennt noch ein Feuerchen Schöne Sache Ja, das, also die, also die, die 20 cm Die merke ich aktuell noch, noch extrem, ne? Ja Es ist vielleicht Es ist doof zu sagen, im Endeffekt, ich habe alles schon eingerichtet Alles ist eingerechnet, sagen wir mal so, nicht alles ist eingerechnet per se, ähm, nur am Computer ist alles eingerechnet, ne? Also der Rest ist immer noch so, ja, der Rest ist halt immer noch so tote Hose, ich muss noch ein Regal an die Wand schrauben, das sind alles beherbergt So Ich glaube, ich muss auch noch, dass ich nicht nur die Regale kaufe, also die Regale, ähm, das habe ich schon Die Regale kaufen, ähm, Dingens Du bist ohne Hose? Guck mal, der hat vorhin keine, der hat vorhin noch Unterhosen an und jetzt hat er schon Kleidung an Ganz skurrile Sache So Da müssen wir ja ein Boot klauen, ne? Super, Junge Guck, das sieht so komisch aus Die Beleuchtung jetzt so, hier, ich bin so hell Das Bild ist so komisch Ja Naja Hallo Esel Kann man die was überhaupt reiten? Nein, nicht, okay Schade Hätte ja sein können, dass wir die auch noch reiten können Dass man nicht alles darf hier im Spiel, ne? Hm Okay, ein Bootsraum Wow Am Wassergraben des Lehens Oh, das ist das ein Ort Ah, das ist der Bezirk hier oben Okay, alles klar Oh, da haben wir noch, ah, da haben wir noch Aussichtspunkte mehr Hm Ah, komm, wir gehen jetzt zum Fragezeichen Mal gucken Ich brauche deine Hilfe, Sadiq Da ist das Boot Untertitelung des ZDF, 2020